Heute zu einem neuen Video und heute, liebe Freunde, gibt's mal wieder was richtig lustiges und zwar einen Tornado. Mit dabei ist der Phil. Ja, moin. Ja, moin. Ja, Leute, und wir sind hier schon in der Welt drin, wie man sehen kann. Sieht auf jeden Fall ganz nice aus und, Leute, wenn ihr noch kein Abonnent seid, könnt ihr natürlich gerne abonnieren und ihr könnt auch sehr gerne mal meinen Zweitkanal abchecken, wenn ihr das noch nicht getan habt. Links in der Beschreibung und, Phil, du hast hier schon die Schweine. Ja, wir brauchen noch Essen. Wir brauchen tatsächlich ein bisschen Essen. Wir können uns ja mal hier ein bisschen umschauen in der Welt, was es hier so gibt. Und gut, gut. Ich habe ja auch noch ein bisschen Essen, also wirklich was zu essen habe ich jetzt nicht. Nee, ich leider auch nicht. Aber sieht ja schon mal ganz nice aus hier, ne? Und guck mal, da hinten ist eine Kiste. Oh, ja. Oh, wir können mal hingehen. Wir gehen mal hin. Und... Hommelwebel, bitte. Was ist da drin? Oh, guck mal, Equipment. Oh, das ist mega nice. Gönnen wir uns, gönnen wir uns. Da sagt man ja... Oh, warte mal, ich habe deine Zeile. Genau, Moment. Hier mal ganz kurz, einmal ganz kurz wechseln. So. Und da ist auch jede Menge... Chaos Glas sogar. Ich sehe es auch gerade. Ich denke auch mal ein bisschen was raus. Ein bisschen was raus. Ja, Bedrocks umsonst. Da sagt ja keiner Nein gegen, ne? Das ist immer schön. Okay, dann würde ich sagen, äh, was sollen wir jetzt machen? Sollen wir uns noch eine Bedrock-Base bauen? Bedrock-Base, okay. Ja, aber nicht hier. Ja, aber nicht hier. Ich glaube hier. Am Übel so, vielleicht. Ja, ich würde sagen... Schöne Aussicht. Ja, genau, ne? Oder ganz nach oben. Das wäre auch krass, ne? Ja, ist noch keine Aussicht. Ja, lass uns auf jeden Fall dann nach oben. Das sieht am besten aus. Aber ich habe jetzt schon kein Essen mehr. Ne, guck mal hier. Moment. Habe auch zu sehen ein bisschen zu viel genommen. Ja. So, wir gehen dann ganz nach oben. Das ist dann quasi der Mount Everest, weißt du? Ach so. Genau so. Die Zugspitze. Ja, genau, genau. So kann man das auch nennen. Das Pferd ist auch mit am Start. Hier nochmal ein paar Schweine. So, und, äh, ja, gut. So kann man das Ganze natürlich auch machen, ne? Ach so, einfach hochbauen? Ja, so kann man das auch machen. Die Blöcke, ja. Wir dürfen nicht die Welt verunstanden. Ich wollte gerade sagen, jetzt halb ich hör mal auf damit, lieber. Ja, stimmt, stimmt. Weil die Blöcke kriegen wir ja leider nicht weg. Ne, so kriegen wir es auch hin. Bisschen Jumpman. Genau. Da sind wir ja Profi drin, ne? Da sind wir ja Profis. Wie in den alten Zeiten. Das stimmt. Genau, 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 genau. So, dann sind wir jetzt hier schon mal ganz weit oben auf der Spitze. Ja. Oh, okay, okay, okay. Hier ist aber gar nicht mal so viel Platz, ne? Ne. Aber wir machen uns einfach, ich habe eine bessere Idee, wir bauen uns hier, sollen wir uns so einen Glasboden bauen und dann... Und einen Glasboden? Ja, genau. Stimmt, da ist auch so ein kleines... Ja, genau. Das ist so eine kleine Vertiefung. Boah, ey, das sieht schon... Das sieht schon... Ja, genau, das darf natürlich auch nicht fehlen. Wart mal. Das ist hier. Guck mal, wenn man runterfällt, hat man wenigstens so eine Strafe. Ja, stimmt. Zeitgleich, als wäre es geplant gewesen. Ähm... Oh, schneien sogar. What the fuck. So eine kleine... Oh ja, krass. Das fängt an zu schneien. So, wir können jetzt hier in diese Obsidian-Base bauen. Moment. Äh, ich meine natürlich Badrock, tut mir leid. So. Ja. Hier auch. Aber der Glasboden, der hat schon was, oder? Ja, hat was. Man bräucht hier noch so eine ganz kleine Glasfront, hier so, zack. Warum... Alter, wenn man mal genau drauf achtet, warten die Schneeflocken auch bei dir richtig da durch. Die sehen total merkwürdig aus. Ja, die flammern, äh, flimmern so. Ja, die, 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 die wackeln so, die, die haben, die tanzen richtig, schaut euch das an. Aber nur auf dem Boden, ne? Ja, ja, genau. Also knapp über dem Boden. Nee, bei mir? Knapp über dem Boden, ein Meter so. Hier auch, ne? Hier, wo ich gerade stehe? Ja, ja, ja. Ja, ja, genau. Okay, okay. Richtig komisch. Also, ich habe keine Ahnung, Leute, woran das liegt, aber, äh... Komm, ein bisschen haben wir noch. So eine Reihe, ja. Ah, hast du noch hier ein bisschen? Ja, habe ich noch, habe ich noch. Okay, Moment, dann, äh, machen wir jetzt nämlich so ein bisschen hier die Kontur von der Obsidian-Base. So. Hier ist natürlich die Sache, dass man sich nicht verbauen darf, ne? Nee. Also, wenn du einmal... Ich habe auch eine Idee, zum Beispiel. Okay. Schau mal, wir können so, zum Beispiel. Ja. Wir haben ja noch, ich habe ja noch ein bisschen Glas. Ja. Und innen drin, als schöne Aussicht, können wir nochmal Glas. Okay, ja, das ist, das ist auch eine gute Idee. So. Schauen mal hier, hier. Ah, ja, ja, ja. Es sieht schon extrem... Alter, okay, das sieht krass aus. Das sieht richtig krass aus. Ähm, wie viel Glas hast du noch? Ja. Ich habe noch 22, nicht mehr so viel. Ja, dann, dann sollten wir vielleicht noch so ein kleines Glasdach machen. Wäre das geil? Ja. So ein kleines Glasdach. Vielleicht hier noch so... Oh, nein. Ja, das ist auch gut. Was ist, guck mal? Hier ist ein Block leider dran. Oh, ja, den Crew war jetzt leider nicht mehr weg, aber ist ja auch nicht so schlimm, weil im Endeffekt, äh, schadet der Block uns ja nicht, ne? Ja, nee, nee. Aber so mit einem Fenster, mit einer Aussicht, ist schon nicht schlecht. Ja, auf jeden Fall, dann lassen wir das so. Und ich würde sagen, wir machen uns halt auch noch ein bisschen höher, ein bisschen höher, noch einmal mindestens so hoch. Ähm, ich würde sagen, wir machen uns auf jeden Fall auch noch mal so ein kleines Glasdach. Also jetzt, äh, ich meine, wir haben nicht mehr so viel... Hier? Mach das so in der Mitte, wenn's geht. Okay. In der Mitte. Ja. Sieht hier gerade natürlich so ein bisschen bunkermäßig aus, muss man zugeben, ne? Ja. Aber im Ganzen trotzdem eine ganz... Ja, ja, genau, so. So ist gut. Ja. So. Also Leute, ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr von der Base haltet. Findet ihr die Base gut? Findet ihr die schlecht? Schreibt's auf jeden Fall jetzt. Schau mal in die Kommentare. Aber, Alter, guck dir mal diese Schneeflocken an, das sieht einfach mega mysteriös aus, ne? Oh nein, so viele sind jetzt echt nicht mehr, ja. Wir müssen jetzt leider alles... Ist nicht so schlimm, dann, 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 äh, einfach jetzt die letzten benutzen und dann, äh, ja gut. Die Sache ist halt auch, wir müssen irgendwie reinkommen, ne? Ja. Und wieder raus. Ja, vielleicht sollten wir uns so eine kleine Treppe hier machen. Stimmt. So, zack. Ja, so sollte passen. Okay. Okay, das heißt, jetzt haben wir hier unsere ganz kleine Treppe, ne? Ja. So. Alter, das ist viel zu heftig. Okay, das sieht einfach... Also, dieser... Wir könnten hier auch noch einen Moment so, 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 ähm... Nochmal. Burgmäßig, so Burg... So hier, so Burgmäßig, weißt du, so eine... Oh, okay, jetzt hab ich hier schon den Block falsch gesetzt, so egal. So, zack. Ah, das sieht auch nochmal ganz cool aus. Dann hat die, äh, die Festung direkt so ein bisschen mehr Charme, beziehungsweise der Bunker. So, zack, hier... Ja, doch, das, das kann man, das kann man so machen, ne? Das, das, das sieht auch... Au, ich, ähm, bin natürlich wieder mal voll gut dabei. Ich hab nämlich grad bemerkt, dass ich auch nochmal zweimal 64 Glas in der Leiste hab. Ist mir noch nicht aufgefallen. Was? Ja, ist, ist, ist jetzt ein bisschen doof. Aber ist ja auch nicht so schlimm. Wir haben ja die, ähm, Festung mit viel Glas versehen, von daher sollt das auch passen. Ähm, ja gut. Alter, guck mal, was passiert ist. What? Ich, ich kann mich fast nicht mehr bewegen. Ich, ich kann mich auch nicht bewegen. Wir sollten irgendwie runter, ne? Kurz runter, hier, komm, 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 runter, runter. Was ist das? Oh mein Gott. Ja, die Schneeflocken bewegen sich auch vor allem jetzt wieder. Alter Schwede, das ist so... Ich mein, wir können da... Der Tonal ist hier fast rün, ne? Schau mal, bis nach hinten. Da hat man sogar nochmal mehr Aussicht nach unten. Ja, Moment, Moment. Aber, ja, da sieht man die Pferde zum Beispiel. Ja, die werden... Alles eingezogen. Das ist einfach total krank hier. Warte mal, wir können nochmal ganz kurz hier hochgehen. Oh Gott. Äh, Alter, komm mal, komm mal. Alter! Oh mein, Daniel. Oh nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Wieder runter, wieder runter, wieder runter. Auf jeden Fall wieder runter. Boah, hier schlägt auch ein Blitz ein. Warte mal, warte mal, warte mal. Ich will mal ganz kurz hier rüber gucken. Ich bin sicher, ich bin sicher. Alter! Okay, okay, es leckt ein wenig. Ich muss ganz kurz die Random-Distance mal umstellen. So. Boah. Okay, okay, zu viele Mobs, zu viele Mobs. Oh nein. Guck das mal an. Ich spring mal, spring mal. Nein, 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 aufpassen. Aufpassen. Nein. Oh, oh, oh. Alter, auf jeden Fall. Ich bin fast. Alter, das war richtig knapp. Ich hab's gerade gesehen. Ich hab's gesehen. Du wärst fast runtergeflogen, ne? Warte, spring nochmal. Achtung. Oh, 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 oh. Das ist zu knapp. Das ist zu knapp. Okay, 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 okay. Nein, Pat. Hä? Wo bist du? Pat. Oh, oh, warte mal. Ich muss mal kurz den Shader ausmachen. Man sieht gerade etwas wenig. Das ist natürlich überhaupt nicht gut. Nee, ich bin nicht in Sicherheit. Oh nein, Pat. Doch, ich kann zu dir. Ich komm runter, ich komm runter. Alles gut, alles gut. Mach dir keine Sorgen, mach dir keine Sorgen. Ja, gut. Ich hab noch ein paar Blöcke. Wir können uns hier einbauen. Okay, 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 okay. Machen wir. So, aber es bringt rein gar nichts. Oh, 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 oh. Warte mal, warte mal. Nein, 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 nein es hat so eine Attraktion auf dem Rummelplatz weißt du guck mal hier siehst du yeah ich sehe dich manchmal ab und zu hier ich fliege einfach so eine Runde es war einfach gar kein Damage sogar ich kann aber ich hab ich hab gefühlt achtfach den ich kann viel höher springen ich weiß es ganz gut ich wäre fast wieder in der Base drin oh warte mal warte mal da ist irgendwas aus da ist ein Block sehe ich gerade warte mal kann man das hier vielleicht nicht verstellen ah ich bin im Block ah nein ich hänge fest ich hänge ein bisschen hier ist auf jeden Fall so ein Block vielleicht können wir den deaktivieren oder so oh mein Gott nein ah ich komm nicht runter ich komm auch nicht dahin ich drehe jetzt die ganze Zeit ich auch mir ist auch ein bisschen schwindelig ich habe mir jetzt meine Auge so warte mal hoch ne ich komm noch nicht ran oh nein komm schon ja ich jetzt 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 ich hab ihn ich hab ihn perfekt es hat aufgehört es hat aufgehört in unserer Base ist auch nichts passiert siehst du das? da ist alles noch heil sogar das Glas oder? lass das mal kurz wir gehen nochmal ganz kurz ah wie sagen wir ja ok ich kann die Blöcke platzieren ja warte mal wir gehen hoch und ne alles so weit im grünen ne ja also Aussicht ist auch top hier nochmal das schöne Pferd ne also beschweren kann man sich da eher weniger würde ich mal behaupten ne ja gut äh Leute ich würde sagen das äh war jetzt ein sehr sehr komischer Tornado ich hoffe das ganze hat euch auf jeden Fall gefallen falls ja lasst jetzt mal ne positive Bewertung da schaut auch bei Phil vorbei und dann sehen wir uns auch morgen wieder oder bei einem neuen Video auf meinem Zweitkanal bis dann und ciao Ciao Ciao